Bestehendes Immobilienvermögen wirkt sich in aller Regel positiv auf die Finanzierung einer weiteren Immobilie aus. Man könnte zum Beispiel die bestehenden Immobilien als Sicherheit nehmen oder auch Einkünfte aus den bestehenden Immobilien zusätzlich zum Haushaltseinkommen anrechnen. Von daher ist es am wahrscheinlichsten, dass sie sogar eine bessere Kondition bei uns bekommen, wenn sie schon bestehendes Immobilienvermögen haben. Wie das konkret für ihre Konstellation ausschaut, schauen wir uns gerne in einer gemeinsamen Beratung mit Ihnen an.